Der Mörder war Arzt oder ein Metzger. Der Mörder ist ein Bürgerlicher. Ich melde mich für die Untersuchung von Kommissar Koschfer. Die Regierung stört! Unsere Gesellschaft braucht eine moderne und effiziente Polizei. In Paris verkündet man die Rückkehr von Präfekt Kleppin. Die Zahl der Frauen, die im Jahr 1899 verschwunden sind in Paris und den umliegenden Städten, beläuft sich auf 247. Polizisten mögen es nicht, wenn man sie überwacht. Wenn sie auch nur ein einziges Wort von all dem weitererzählen, sind sie tot.